Was war die Idee jetzt von dem Tisch? Die Idee von dem Tisch war zu wocken, asiatische Küche einfach authentisch rüber zu bringen mit der richtigen Leistung und das Ganze aber in einem ganz schlichten Design mit europäischer Präzision, würde ich jetzt mal sagen. Ist das jetzt ein Profi-Kochtisch oder ist das jetzt für einen normalen Consumer? Also der Kochtisch ist ja einfach nur ein Einbaubeispiel. Man kann es ja überall integrieren, dieses Modul. Es ist wurscht in Küchen oder in bestehende Outdoor-Küchen, in Arbeitsplatten. Wie gesagt, wir werden die Höhen anpassen auf den Kunden. Es wird jeder kundenspezifisch hergestellt.